So. Ja, das ist ein bisschen schwierig hier, ne? Warte mal, wenn ich jetzt den... Ah, Mist, okay. Okay, der macht auch... Ah, okay. Jede Entfernung macht er. Navigation mit Vorsicht, ja. So, einmal nochmal das Horn. Warte mal, dann könnten wir doch theoretisch dann jetzt so machen. So. Dann so. Ah, ne, da komm ich nicht lang. Da ist auch kein Feuer. Das passt nicht. Der würde beide... Der würde beide wegmachen. Ähm... Das wäre dumm. Ja. So. Dann nach oben. Dann so. 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 dann bis nach vorne hin ja okay ja das war schon ein bisschen knifflig man musste noch ein bisschen mehr überlegen aber wir haben es geschafft ja ja little one sehr schön oh Klar, wirst du es schaffen. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, dass du es schaffen wirst, mein Freund. Warte mal, da oben sind noch... Aber da war ich ja bereits, ne? Ja, genau, genau. Okay. Okay, ähm, dann können wir mal wieder zum Cook gehen, die Ingredients abgeben. La, 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 la. Hier unten, ne? Ja. Okay, sehr schön. Da bin ich mal gespannt, was der jetzt sagt. Dann soll er mir gefälligst was von so einer leckeren Suppe abgeben, Mann. Ähm, wo war der denn nochmal? War der hier hinten? Ne, aber da ist noch so einer. Weiß ich nicht, ob ich den retten kann. Doch, kann ich. Okay. Ja, die Orientierung, ich hab hier keine Orientierung drin. Erwartung, der ganze Aufstieg. Gibt's eigentlich, äh, ne Taste für das Horn? U, I, K, J, A, E, F, Y, X, C. Ah, C, okay. Okay. Warte mal. Ja, wie, wie, wie. Wir haben hier nur zwei Steine, ne? Ähm. Pass auf. Ich weiß noch nicht. Ich weiß noch nicht, was es auslöst. Wahrscheinlich, dass wir hier rüberkommen. Ah, okay. Bleibt der denn auch unten? Das hab ich mir nicht schon fast gedacht. Ähm. Aber wir können dann jetzt so machen. Dann er nämlich hier hin. Er kann nach oben. Und dann können wir den nämlich rüberführen, ne? So. Genau. Und er kann dann nämlich. Ne, muss er gar nicht. Wir müssen ja erstmal. Erstmal müssen wir hier rüber. Ja. Dann geht der noch mal runter. Ah, Mist. Ja. Ich verstehe. Ja. So, dann können wir nämlich hier hin. Ähm. Macht das Sinn? Macht das Sinn? Das ist die große Frage. Macht das Sinn? Das ist auf jeden Fall richtig. Ah ja. Macht, ja. Macht Sinn. Ja. Ah ne, ich komm hier gar nicht runter. Ja, das ist nämlich das... Huch. Das ist nämlich das Problem. Problem. Ich komm hier nicht runter. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Ich denke schon wieder zu kompliziert, ne? Ich glaube, ich denke schon wieder zu kompliziert. Ah. Warte mal. Komm ich da... Ja. Ich will noch mal was gucken. Weil der müsste ja ein bisschen hochgehen dann, ne? Nicht ganz, aber der müsste ein bisschen hochgehen. Genau. Dann sind wir nämlich hier. Huch. Ähm. Dann können wir das wieder so... Nee. Nee, die muss ich erst rüberführen. Den muss ich erst rüberführen. So. Dann kann der nämlich hier... Genau. Jetzt haben wir es. So. Zack. Zack. Und einmal. Zack. Zack. Und dann kommen wir hier auch lang. Sehr schön. Mega. Ah. Okay. Okay. Okay, wir brauchen die noch mal. Ähm. Gut. Der muss noch mal runter. Der muss noch mal... Ähm. Wie machen wir das denn jetzt? Wie kriegen wir den denn auch nach oben? Der geht halt hier drauf, aber weiter kommt er halt nicht. Achso, ja, warte. Nee. Nee, 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 nee. 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 Ja, doch, warte mal. Ja. So. Ja, wir haben es. Wir haben es, wir haben es, wir haben es, wir haben es. Dann er nämlich da drauf. Ja, so. Dann kommt er in der Mitte. Dann kann ich einen vorwärts gehen, oder zwei. Und dann einmal hier, und dann haben wir es. Okay, dann haben wir es wirklich. Okay, sehr schön. Nice. Sehr schön. Ja. Okay, dann haben wir den auch. Ah, ja, hier war ja der Digge, ne? Der Digge. Ähm. Hier konnten wir noch runter. Schau ich erst mal, was ich hier... Ah. Ah, ja, hier ist... Ah, ja. Genau. Ähm, warte mal. Ich möchte mal hier gucken, hier haben wir nichts. Doch, siehste. Hidden away was a scrap of journal. Hands encircled around the evening fire. Married lanthorn tunes, singing out the promises of old. Will home be as we remember? Ja. Ja. Okay, wir gehen dann mal den Weg wieder. Ähm. Hier kamen wir nicht lang. Wo war denn jetzt noch mal die Schildkröte? Stimmt, ja. Hier lang. Und dann über den... Über den Schweinekopf, ne? Genau, da müssen wir nämlich über den Schweinekopf. So. Und dann hier. Und dann müsste der da lang sein. Oh, ich weiß das nicht mehr. Mist. Ja, die Orientierung hier ist, äh, der Winkel. Ja, der war hier unten. Die Winkelgasse. Da ist er nämlich. So. Uah. So, ich habe Zutaten für dich, mein Lieber. Mein Lieber. Hallo da. Äh. Lotus-Damen. Ich kann nicht glauben, wo hast du... Ich habe nie mit Lotus-Säden gekocht. Ember fühlte mich glücklich, dass die Kürzer plötzlich so voll von Purpose gesehen hat. Was für eine liebliche Überraschung. Was für eine liebliche Überraschung. Bitte probiere es. Es ist nicht viel, aber es ist viel, was zu gehen. Hilf dir selbst. Ja, gib mir eine lecker Suppe. Be well, little one. Guck mal unten, ey. Und du erinnerst mich, wenn du ever hungry bist. Da kann er kaum tragen. Hä? Ähm. Ja. Können wir das hier benutzen? Ne, das macht hier keinen Sinn, ne? wem könnten wir das denn geben eine schweine baron vielleicht im frosch dem schweine baron oh the pig was joyous what is this morsel my insides feel as refreshed as my outsides i did not dream such food was possible we will plant a garden of treats we will grow and eat like piggie kings okay wir haben noch nicht alle oder einer fehlt uns noch ja wir haben da unten noch das mit dem ding aber ich ich weiß noch nicht was der sinn hier hinter ist hier können wir nichts machen ach guck mal da oben ist noch ein zweiter ja schau mal eine an okay dann er wahrscheinlich in der mitte schau mal haben wir hier irgendwo noch einen dritten LOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLOLLO das alte schwi das alte schweinerich da müssen die beide auf den podesten stehen schauen wir mal Weil sonst wüsste ich nicht Oder muss der woanders hin? Ne, hier kommt er nicht drauf This seems me like a Rätsel Aber what kind of Rätsel is it? Ich kann mir das nur vorstellen, ne? Aber wozu? Sonst haben wir hier wirklich keinen mehr, ne? Ich schau nochmal, ne? Wir können auch nichts anderes nehmen Ne This is a Mysterion one Ah Okay, ich hätte einfach abbrechen sollen, ne? Ember found a scrap of journal The Lanthorn wards off ghosts and fear It shapes the world as we wish it I urge my companion to rest But still they stare into the fire Okay Zwei von ein Äh, eins von zwei haben wir Zwei von ein, genau Irgendwo müsste hier noch eins sein in der Nähe Die Frage, die wir uns jetzt aber erstmal stellen müssen, ist Wo haben wir den letzten Foreign 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 Hier unten waren wir auch Nein Ich schau mal hier hinten Waren wir hier hinten? Ah ja, hier war ja, genau Hier war ja eher Ähm Da kommen wir nach oben Hier sonst nichts mehr Da links vielleicht Ja, ich schau mal, ne? Ich schau mal ein bisschen hier rum Der Sumpfrand Ja, hier waren wir ja Genau, hier waren wir Ähm Hä? Ah Schau mal einer an Da haben wir noch ein Tagebucheintrag So Und dann einmal hier hoch Und dann einmal Hidden inside was the Wanderer's Journal Our feet are weary, the hours long There will be much to do when we arrive I tell my companion of those waiting at home They do not seem to know what to say Hm Ach, hier haben wir vier sogar Achso Okay Interesting Okay, wir haben gerade mal zwei gefunden Schweinemann 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 Ähm Können wir mit dem Schwein hier was machen? Nee, ne? Ah, ich schau noch mal hier ein bisschen rum Ich Hier war noch ein Geheimnis Hier hinten waren wir auch Genau da kamen wir ja nicht lang Hm Hier ist nichts Hier waren wir am Anfang Mal ist hier Können wir hier irgendwas machen? Hier ist es sehr ruhig Ja stimmt Das war ja das, ne? Genau, dann kamen wir da lang Ja, okay Dann konnten wir hier runter Und dann Hm, okay Ich weiß halt jetzt nicht Ich weiß jetzt halt nicht Mal hier rechts Genau, das war das Okay Genau, da war ja die Pflanze Hm, wo könnte der denn jetzt sein Der letzte Und wo sind hier noch Äh Versteckte Versteckte Tagebucheinträge Das ist natürlich auch eine interessante Frage Ach guck mal Hier hinten waren wir noch gar nicht Oder? Nee Nee, siehst du? Hier haben wir nämlich auch noch einen Sehr schön So, drei von vier Ach, da ist noch einer Ja, schau mal an Da Wie kommen wir denn da hin? Warte mal Haben wir nicht hier irgendwo in der Nähe? Wie kommen wir denn da hin? Hallo Hallo Hilfe Achso, ich kann Achso Nee Ich dachte schon Haben wir hier irgendwo Wo war denn nochmal? Waren die hier? Ich weiß jetzt nicht mehr Wo die Dings waren Ähm Die Stones Waren die hier? Da sind sie Ich glaube ich kriege die nicht rüber, ne? Könntest du ja mal versuchen Nee, das geht nicht Hier kommen wir auch gar nicht mehr hin Hier kommen wir auch gar nicht mehr hin Warte mal Vielleicht Vielleicht geht das ja, ne? Wir probieren mal eben aus Hallo, Hilfe Ja, wir schauen mal Weil hier haben wir nämlich Hier kommen wir gar nicht lang Das geht auch nicht Das geht nicht Können wir hier hoch? Nee Nee Nee, hiermit können wir gar nichts machen, ne? Nee Nee Hm Ich wüsste jetzt auch nicht, wie wir da Wie irgendwas Ah Ja, schau mal einer an Okay Wer kommen wir da denn jetzt Können wir dann jetzt da schauen, oder? Nee Ach, ich bin auch Ich bin auch ein Throttle So, ne? Und dann können wir den Eintrag Okay, dann haben wir alle Einträge Aber wir haben den, äh Fall Alone Den letzten haben wir auch noch nicht gefunden A lost message was inside Our music crafts our path Bridging over any we pass My companion's hand clutches mine We dart like fireflies through the swamp Mmh Firefly 4 von 4, okay Gut, da wir das jetzt haben Ich geh nochmal ins Innere Wo könnte jetzt der letzte For Alone sein? Das ist die Frage Hier fehlt uns auch noch Ein Tagebucheintrag So, Schweinchen Mach mal hier, ne? Schweinchen dick Ich schau einfach mal, ne? Ich benutze mal das allsehende Auge hier Da hinten waren wir Ähm Hier hinten konnten wir nichts Irgendwie ranziehen, ne? Nee, hier geht's auch gar nicht weiter Okay Das war einfach nur so ein Gimmick Gut Ja, ich schau mal erstmal, ne? Wo wir jetzt hier Ich wüsste halt nicht, wo wir Könnte beim Obstteil noch einer sein? Weil sonst kommen wir ja tiefer gar nicht rein, ne? Der sterbende Obstteil, ne? Oder habe ich irgendwo einen übersehen? Den hatten wir ja Den hatten wir Die schlafenden Schweine Weine Ah, guck mal, was haben wir denn hier? Das sieht doch verdächtig aus Das sieht sehr verdächtig aus, ne? Ich schau nochmal unten, komm Aber hier hatten wir ja nur das Hier haben wir nichts Warte mal, kommen wir da Nee Hier waren wir drin, ne? Ja genau, hier war ja das Da hatten wir ja das eine gefunden Aber sonst konnte man hier auch Weiter nichts machen, ne? That's the tricky one That's the tricky one Stimmt, hier war ja die Brücke Ja, ja Okay, ich erinnere mich Ja, wir müssen jetzt mal kurz Mal ein bisschen hier was Ein bisschen abgehen, ne? Weil ich Ich jetzt nicht weiß, wo was war Ah, guck mal, da Hier ist noch Kollege Frosch Hier kommen wir nicht weiter Genau, hier war ja der eine Hier war ja nichts mehr, ne? Ne, da war nichts mehr Wo ist der denn? Wo könnte der sein? Ich weiß halt nicht, ob ich den schon Gesehen habe und Erst woanders hingegangen bin Das weiß ich nicht Könnte ich das dem Schwein bringen? Ich frag mal Ich frag so Ich bin ein Freund, ne? Könnte ich das dem Schwein bringen? Der ist doch so hungrig Ne? Der ist doch so hungrig So Ähm Dann Das ist doch so hungrig drinking